Da ist er! Da ist er! Hallo! Aua, und ich komme hier hin und schon werde ich geschlagen. Diesmal von mir! Normalerweise ist das immer andersrum. Wir müssen aber mal kurz gucken. Hier sind wir angekommen, ne? Los geht's, damit gehen wir wieder. Das heißt, wir haben... Achso, hallo und herzlich willkommen! Ich habe total vergessen, alle zu begrüßen. Wir sind bei Sektor. Ich war jetzt... Ich erinnere, man sieht es. Ihr habt eigentlich gedacht, wir sind bei... Wer bin ich denn überhaupt? Warte mal. Keine Ahnung. Pocahontas. Wir sind bei Pocahontas und die wilden bunten Haare. Und den schlagenden Punker. Ja, und den schlagenden... Also eigentlich ist es eine Punkerin. Also wenn wir schon hier dann auch richtig, bitte. Also zumindest siehst du sehr weiblich von den Augen aus. Nein, ich bin ein Männchen. Ich bin ein Männchen. Doch du, klar bist du. Du hast ein Röckchen an. Nein. Ja, du, ich meine, könnte auch ein Schottenröckchen sein, aber... Aber du hast geschminkte Augen. Ich glaube, ich habe was Neues gekriegt. Irgendwas habe ich neu gekriegt. Ja. Ich weiß überhaupt... Ach so. Äh, ja, habe ich das auch bekommen? Warte mal, dann muss ich jetzt direkt mal gucken. Aber ich habe kein... Ich habe zwar ein Update geladen, aber ich habe das nicht runtergeladen. Deswegen denke ich mal, dass ich... Dann hast du das nicht. Deshalb hast du das nicht verdient. Jetzt muss ich wieder auf das kommen, wo ich gerade drauf war. Moment, das war hier. So. Wir kriegen Ärger am Fluss, steht da. Ich schmeiß dich ins Wasser. Oder meinst du, die kennen uns, dass die mit uns damit... Dass die uns damit meinen. Mit Sicherheit. Ich kann nicht mehr reden. Oh, wir werden flambiert. Ach du Scheiße. Das ist nicht schlimm, ich habe all Wasser. Kann man sich löschen, ne? Ach, jetzt müssen wir... Bei... Ding... Dingtum? Oder wie heißt das? Muss ich das auch ständig machen? Sind wir... Wie... Wie gehst du denn hier bitte? Hahaha. Der Popo-Boy. Ja. Uh. Warte, da kommt bestimmt irgendwas Böses. Ich bleib links. Ne, wir müssen hier was holen. Irgendwas müssen wir bestimmt drüber, oder? Hallo. Huhu. Äh. Oh. Oh. Ich hab doch gesagt, da kommt was Böses. Aua. Du haust immer nur mich. Nein. Den kriegst du. Oh, hier müssen wir rüber. Blöder. Blöder Idiot. Penner. Oh, ne. Oh, da muss ich hin und rufchen. Hier oben ist ein Ding zum Reingehen. Ja, ich kann nicht. Geh da rein. Nein, ich bin daneben gefallen. Ach den, sie schuldig. Ach so, ich komm dann wieder raus. Ich beschütze das... Ich wollte es beschützen. Ey, ich hab den kaputt gemacht. Wieso kriegst du jetzt die Belohnung? Ich hab den zweimal gehauen. Dann ist... Danke. Ich hab dich runtergehauen. Vielen Dank. Sorry. Wenn man solche Freunde hat, oder so einen Freund, dann braucht man keine Feiler mehr. Ja, genau. Ey, du hast mir meine Dinger geflaut. Oh, ne, das hab ich nie gekippt. Du, blöder Penner. Du, ich mach dich fertig. Gib eins auf die Schnauze hier oben, oben, oben. Ja, oben war schön, aber leider war ich oben tot. Weil du das ja nicht machst. Ich muss ja alles alleine machen. Ja, du musst das machen. Ich muss hier das Schiff beschützen. Das kriegst du ja nicht auf die Kette. Muss ich nicht so gar nicht. Du kannst das auch machen. Oh. Ich fahr jetzt schneller. Hallo. Aua. Nein. 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 Ach, du bist ja auf Schienen. Ich sag das doch. Leg dich mal in die Kurve. Oh. Au. Ich wollte das Ding wegmachen. Das Ding ist mir am... Au. Aber ich spiel mit deinen, sag mir das doch. Du musst hoch, hoch, hoch. Oh, nein, nein, nein. Hoch. Ich kümmere mich um die blöden Biester hier. Nein. Jetzt kann ich sie nicht mehr holen. Scheiße. Ich hab die plus zwei nicht bekommen. Schneller, schneller nach rechts. Ich muss sterben. Aber ich hab das Kostüm gekriegt. Schneller. Wieso muss ich mich ja nicht mehr hochgehen? Weil ich diejenige bin, die die ganze Zeit mit Muskelkraft arbeitet. Du machst beides nicht. Weder mit Muskelkraft noch mit Köpfchen. Ah, den hast du gut runtergekickt. Den hab ich. Ja, und ich bin sogar noch... Und ich bin sogar noch ohne zu sterben runtergekommen. Oh. Oh, nein, das darf nicht passieren. Das darf nicht... Also nicht, dass du ohne zu sterben runterkommst. Das hab ich geil gemacht. Ich kann fliegen. Ich bin ein Engel. Ach, du bist einfach nur blöd. Ich hab ein Pfeil durch den Kopf. Bei mir geht alles... Ich hatte deswegen... Da geht die Intelligenz flöten. Ey, boah. So, saß ich jetzt da rum. Hä, was ist jetzt passiert? Oh, ist schon zu Ende? Ja. Ich hab bestimmt gewonnen, weil ich immer auf dem Schilf rausgegangen bin und du nicht. Geh weg. Da. Boah, das war ungerecht. Das stimmt gar nicht. Ich hab ja die ganze Arbeit gemacht. Hast du gar nicht. Ich hab mein Leben eingesetzt. Ich hab's sogar noch in den Kelch gebissen. Boah. Du hast ehrlich gesagt... Epi-Hate. Epi-Hate. Wie, ich hab ins Gras gebissen. Das war ein vergoldeter Kelch. War das jetzt nur da, so ein Level da? Ja. Jetzt wieder zurück? Ja, scheint. Ich kann mich wieder nicht bewegen. Ich kann mich nicht. Dann kann ich dich schlagen. Kann ich die Hunde auf der Haut machen? Ja, kannst du tatsächlich. Weil jetzt... Ach, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Jetzt geh ich weg. Schnell hier rein. Tschüss. Ich dachte aber eigentlich, das wären zwei. Aber das war jetzt nur durch dieses Runde da. Nur das, ja. Dann hab ich gedacht, das wäre auch noch ein Level. Du kannst Freunde schlagen, nur so als Info. Das haben wir schon festgestellt. Boah. Ähm, komm ich auch noch mal. Wieso hab ich ihn jetzt hier die Dinger? Hallo, guten Tag. Warum sind wir eigentlich hier jetzt? Warum sind wir jetzt hier? Ich verstehe. Wuchtige. Oder gehen wir jetzt wieder zurück? Warte mal, ey. Jetzt gehen wir, glaube ich, wieder zurück. Ja. Du hast einen Pfeil im Kopf. Du kannst nicht klar denken. Daran liegt das. Nein. Jetzt bin ich büch gesperrt. Aua. Ich will nicht mehr mitgehen und mit Blumen reingehen. Ja, aber wo sind wir denn? Da sind wir doch gar nicht hergekommen. Wir dürfen nicht mehr das Ding reingehen. Wir müssen da runter. Ja, aber da sind wir nicht hergekommen. Doch, bestimmt. Warte mal, links ist so ein Ding. Da müssen wir durch, ja. Ja, aber da sind wir doch nicht hergekommen. Doch, wir müssen ja jetzt hier hochgehen. Das war ein Sonderlevel hier unten. Ein Geimlevel. Ja, ich habe gedacht, wir wären oben gewollt. Haben wir das schon gemacht? Ja, ne, doch. Ne, haben wir noch nicht. Sonst wäre das nicht. Also das müssen wir, jetzt weiß ich, aber doch das hier haben wir gemacht. Im Moment. Links oben ist auch noch was. So, vielleicht bin ich dann schneller. La, 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 la. Hui. Nein, ich muss nochmal mit dem spielen. Der war cool mit dem Fall. Da habe ich immer gut die Kontrolle gehabt. Aber er hat dir kein Glück gebracht. Du konntest nicht denken, du konntest nicht springen oder sammeln oder am Ende genug Punkte haben. Nein, nein, weil das liegt daran, das Glück ist nur mit den Doven. War das gerade... Ja, dann hättest du aber so viel Glück haben müssen. Au. Au, ich will nicht herunterfallen. Au. Au. Das ist mein... Hör mal auf. Du bist eine Diebstählerin. Nein, ich komme hier nicht hoch. Nein, ich springe. Ich wollte das da oben holen. Aber wieso springen die die Kante nicht hoch? Wenn ich rolle und dann hochspringen, dann ist das okay. Warte mal. Ach, da kommst du so hoch. Hä? Ach, Tatsache. Hallo. Hi, Digga. Geh doch mal nach oben. Wieso schlägt die... Hallo. Sag mal. Ich zeige die ganze Zeit nach oben, dass sie sich umdreht und schlägt und die haut die ganze Zeit nach unten. Was soll das? Wieso nimmst du nicht die vorne auf? Die sind für dich. Ja, wie für mich? Ich bin noch gar nicht dabei. Da oben ist was. Ja, hol das mal. Ich meine, du musst ja auch links rum. So kann man es natürlich auch machen, dass man einfach so tut, als ob man alles alleine machen kann. Wie siehst du aus wie so ein Schaf gerade? Ich weiß nicht, die Frisur sieht aus wie ein Schaf. Jetzt kommt die wieder mit. Ich will die nicht hier haben. Geh weg. Oh, ja. Nein. Jetzt hau ich dich. Was war das denn? Geil, ne Ahnung. Oh, oh, oh. Hä? Dann muss springen. Kann man doch auf den Kopf drauf springen. Nein, wieso bleibt die daran hängen? Au. Nein, da. Nein, da. Nein, da. Ich habe gerade die plus zwei gemacht. Ich bin schon mit dem Diam spielen. Okay, bei denen kann man anscheinend nicht auf den Kopf springen. Ich bin dadurch kaputt gegangen. Ich bin mal hier durch, oder? Ich warte mal auf dich. Kommst du wieder? Ja, ich bin nicht da, falls ihr das noch nicht aufgeteilt habt. Ach so. Warum bist du eigentlich so schlecht heute? Weil ich kaputt gegangen bin, weil ich versucht habe, da drauf zu springen auf den Kopf. Gehst du nichts mit heute? Ich glaube, sind wir eigentlich zu doof und gehen da schon rüber, wenn wir noch ganz so weit sind. Danke, dass du mich immer rausholst. Aua, ich wollte nochmal sterben. Ja, da müssen wir nochmal von vorne anfangen. Ich bin ja nicht da. Nee, wir kommen jetzt da beide raus. Weil du mich angedingsst hast. Anelektrisiert hast. Ich war jetzt schon zu Ende. Das war aber schlecht von mir. Ja, ich konnte ja nichts machen. Ich war ja fast die ganze Zeit nicht draußen. Das stimmt auch gar nicht. Ich bin traurig, weil du mich nie geholt hast. Du hast mich einfach so in der Ecke stehen gelassen. Und dann bist du mich noch am schlagen, während du so böse bist. Guck mal, wie ich gucke. Aber habe ich dich da noch gar nicht geschlagen? Doch. Ist das eigentlich Professor Triloni oder was ist das für ein Ding hier? Keine Ahnung. So, jetzt muss ich aufpassen. Ich darf mich wieder nicht bewegen. Kommt jetzt wieder irgendwas? Ja, es kommt natürlich wieder was. Darf ich mich jetzt endlich mal bewegen? Oh, falsche Seite. Richtungsweisen. Das ist sehr Richtungsweisen. Du bist sehr rosa irgendwie. Ja, ich habe meine rosa... Ah nein, Schatz. Ja, habe ich doch. Irgendwas war mit einem Touchscreen stand da irgendwie. Was für ein Touchscreen? Oh, wie können wir denn... Oh ja, was war denn das? Wie ging das nochmal? Oh, ja. Oben rechts. Und das auch. Unklebrig. Oben rechts, unklebrig. Hallo. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Was hast du da mitgemacht? Wie ging das denn? Ich habe rechts oben gedrückt. Ich weiß nicht, ob ich da rüber gesappt bin oder was. Stopp, stopp, Moment. Doch. Aber hier würde ich warten. Warte mal. Sollen wir... Ne, nach oben ist zu viel, denke ich mal. Nein, hallo. Kannst du mal... Hä? Was machen? Wo geht es denn hier hin? Ja, nach unten eigentlich. Aber... Ne, aber da kommen wir ja nicht hin. Oh Mann, du blockierst mich hier. Ach so, muss man es machen. Na toll. Wow. Das war doch rechts oben. Das ist doch die Festhalttaste, oder? Ja, aber das ist nicht zum Festhalten, oder? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ach so. Ja, jetzt weiß ich. Ja, toll. Du kommst jetzt da rum. Super. Kannst du mich mal holen, wenn ich... Ja, wenn ich die Punkte geholt habe, dann hol ich die. Boah, du bist so fies, ey. Ich mach das mal genauso wie du. Wie fies die Gameplayerin. Jetzt guckt es euch an, wie sie böse sich schon guckt. So wie ist das? Und jetzt wird sie gegrillt. Geht sie eigentlich durch? Hä? Ja, aber du darfst nicht da durchgehen. Das ist ein Laser. Ja doch, das ist blau. Darum geht es ja, dass ich da durchgehe. Ich dachte eigentlich, dass ich sie hier unten holen könnte. Guck mal, die ist so fies, die Gameplayerin. Die spielt jetzt ganz alleine, so egoistisch, wie sie ist. Ach so, die kannst du ja gar nicht kaputt... Aber das sieht schon lustig aus, irgendwie. Nein, sieht es nicht. Geh da rein, da ist eine Medaille. Lass dich aufpiksen. Au! Du hast gesagt, ich soll mich aufpiksen lassen. Und ich hab keinen Sinn gesehen und hab's trotzdem gemacht. Und jetzt sind wir am Arsch. Ich hab mein... Na, geh du nochmal hoch. Ja, ich hab vergessen, dass ich, äh, ja... Schießen glaube ich, oder? Hast du geschossen dabei? Ja, man muss schießen, genau. Ja, man muss schießen. Scheiße. Das musst du schießen, nicht? Hm. Dankeschön. Bitteschön. Wir gehen, wenn's geht. Scheiße, ich sollte nicht da oben hingucken. Wir gehen ins G1224. Da oben ist noch was. Guck mal, wie kommt man da hin? Oh. Hier. Ne, ich kann mich nicht wegmachen. Ich kann das die ganze Zeit mit der gleichen Taste. Aber hier funktioniert es nicht. Keine Ahnung, wo rum. Geh ich immer kaputt an dem Ding? Was ist das? Ein Wandbild. Na, 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 na. Das ist bestimmt wegen Valentinstag gewesen. Nein, geht zurück, geht zurück. Du musst das Ding nehmen. Muss ich aufspießen lassen und dann das Ding nehmen. Andersrum geht natürlich auch. aber das ding habe ich im gegensatz weiß ich bin ja auch eine frau du hast kein ding ich weiß das war zeitgleich aber wie was macht das innen ding da irgendwas macht was drückst du die taste und dann flugst du dadurch aber das funktioniert irgendwie nicht ich bin einfach so da verliert man ein leben halt kommen bringe doch das springen oder kannst du nicht in der an der stelle springen kann ich nicht vielleicht kann man ja vielleicht kannst du nicht springen aber irgendwie muss das gehen die kann man doch kill mich veräppeln das ging eben nicht und ist noch mal ein blaues okay ich hatte kein leben mehr aber wir müssen das irgendwie mit dem mit dem irgendwas oder musst du das machen vielleicht so irgendwie muss mir rollen meinst du da durchrollen wollen mal durch probieren ich glaube nicht aber was macht dieses ding ich verstehe ich habe sonst rechts oben habe ich das eigentlich gemacht aber also die taste rechts oben war das immer so wusch aber hier geht das irgendwie nicht keine ahnung ich bin jetzt bald tot aber du hast kein leben verloren komischerweise doch gerade ich gerade auch ein ich bin nur blau du immer bin die einzige die alkohol getrunken hat haha und nie macht gelbe früß sterben das machst du schön was soll jetzt nein ich war drüben ach ich jetzt habe ich was machen muss du musst auf das ding schießen genau und am telefoniert das habe ich aber sonst anders macht ne das war eben auch so je ich habe es dir schön gezeigt du musst es zwei annehmen ich komme ich erst mal ja komme ich nicht unter warum nicht natürlich darunter muss runter kommen muss ja nicht mehr gut darum geht es ja du musst ja nicht wieder hoch warte mal eben da oben ist noch aber hier unten ist nichts oder du das aufgemacht dass gar nicht bitte dran werfen ich bin gestebt doch dann ist das dann das man auch so machen können war noch was jeder war ja gerade nichts habe ich doch gerade gefragt da ist doch etwas aufgegangen ja du hast die schraube da weg gemacht ja guck gesagt da ist nichts ich muss so blöd da ist nämlich so eine kugel weg weg ich mache jetzt hier wieder zu damit du nicht mehr hochkommst du hast mich geschehen sieht so komisch aus wenn du das machst nein die kräfte weg okay so dass man warte mal irgendwie hey warum machst du das ja danke das war jetzt so nicht geplant gameplay ist nur am kippen so und jetzt sagt man mal wie ich das machen soll ja da unten auf das ding werfen damit du dahin teleportiert unten rechts nach rechts nicht nach da oh was musst du denn so kann man das auch machen nein weißt du was du machen musst ich dachte ich kann da nicht runterfallen man muss runterfallen lassen sich und dabei schießen das ist ein gewagtes unterfangen runterfallen lassen sich das auf das habe ich zeig dir mein so nicht so wie du es gemacht hat so in der art ja und dann darüber nein darüber nein ich muss das von hier aus machen aber das problem ist du musst das schild da oben treffen ja jetzt springen springen schnell oder darüber die dinger was war das ich war so weit davon entfernt hallo nein du hast das angepasst ich habe überhaupt nicht angepasst natürlich du bist vorgelaugt du bist vorlaut ja total vorlaut was ist er mit den rechten was muss man damit machen machen schon mal den weg bei hey wieso drückst du mich jetzt weg damit ich die nicht mehr treffe au da kam mir zweite nein ich bin tot aber irgendwie ist oben noch nach oben ist auch noch eine auch noch so doof wir müssen beide auch oben den machen schießen wir nach oben ja ja warte mal was war jetzt hier das wirst du nicht mehr an machen können ne du musst jetzt entweder stirbst du oder fällst in das loch da unten oder machst beide eben und gehst da durch da oben da oben da oben da oben Nein, 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 nicht da hochgehen. Nicht. Da ist links was. Links ist ein Eingang. Geh nochmal zurück. Aber da können wir doch nicht rein, oder? Doch. Da ist ein... Da. Ach so. Nein. Ja, so nicht. Warum springt die nie, wenn ich auf Springen drücke? Ja, du standst weit dran schon. Du, wir mussten dich hier vor. Warte mal. Nein, ich warte nicht. Au. Nein, die springt schon wieder nicht. Nee, die geht da nicht rein. Da ist Glas vor. Warte mal, da muss das doch irgendein... Ja, warte mal, was ist hier? Warte mal, hier ist was. Kann das sein, dass ich hier irgendwas mache? Du sollst da nicht gegenhämmern wie so ein Beklopter. Du sollst das Ding da gegenwerfen. Ja, mach ich doch. Warte mal. Nee, du bist immer am Hauen. Oh, das war das falsch. Das auch nicht. Nee, da geht nichts hier. Nein, gegen das Rote rechts. Ja. Springen drücken. Geht auch nicht. Geht nicht. Das sind keine Dinger. Ja, aber dann können wir doch gar nicht rein, oder? Ja doch, da müssen wir reinkommen. Warte mal. Ja, aber das sind zwei Eingänge und beides ist Glas vor. Deswegen kam ich da auch nicht rein. Ach, hier ist der Eingang. Und du Idiot sagst, ich soll unbedingt nochmal zurückrollen, damit ich bloß kaputt gehe. Danke. Viel Dank. Du kannst jetzt übrigens auch hier hinkommen. Nee, ich werde nie wieder auf dich hören. Da spiele ich jetzt alleine. Hallo. Ich gehe schon mal. Das ist jetzt Pinball. Warte, da sind Bilder von uns. Guck mal. Oh, for use. Ja, aber da war einer, der uns kaputt machen wollte. Ah, komm mal her. Komm mal her. Was ist denn? Warte. Ja. Das geht gar nicht. Nein. Ich kann nicht zoomen. Warum kann ich nicht zoomen? Ja, aber so machen. Das kannst du nicht. Da, 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 da. Da mache ich jetzt mal ein Screenshot von Lala. So, jetzt haue ich dich und dann geh. Hey, ich habe den kaputt gemacht. Warum kriegst du die Punkte? Danke. Ich bin jetzt wegen dir kaputt. Neben dir und den zwei Gegnern, die du ausgelassen hast. Oh, komm runter. Nee, du musst nur runterkommen. A drücken, A drücken. Nö, jetzt bringt es hin. Meine ganzen Sachen sind alle weg. Komm mal hin. Hier unten ist doch was. Ist doch nichts. Doch, hier. Da ist eine Kugel irgendwo. Oh, scheiße. Hier an dem Bonuslevel. Komm. Ah, den kenne ich. Hallo, verehrter Forscherkollege. Ich höre. Ey, nicht das wegmachen. Komm mal nicht mehr da oben. Was doch. Hä, das war das ja billig. Der hat den gefangen da hinten. Ich hau den noch mal. Lass mich den noch mal holen. Warum hast du den einen da eingefangen? Du stückst rollig dich etwa der... Wir lesen uns später. Was ist das? Das ist mal so. Blablabla. Ich mag dich nicht. Ich dich auch nehmen, du jetzt das nicht gefunden, wenn ich nicht darüber gegangen wäre. Ja, ich wäre ja schon lange hier unten dran gewesen, aber du wolltest mich ja lieber kaputt machen. Du hast dich gebrutzelt. Wie kriegst du die? Achso. Nein. Ich dachte jetzt gerade, hier kommt ein... Links rein. Was ist denn das hier? Da unten ist irgendwas. Ich kann es nicht aktivieren, wenn du da hinten bist. Ich bin gestorben. Da unten ist aber wirklich was. Achso, nee, du musst springen. Ja, aber... Nee, du kannst... Du kannst ja darüber springen. Mach Bescheid. Was ist denn, ich habe den Weg frei gemacht? Wir haben mal einen Level, wo wir alle fünf haben. Vollsteigreifeisenbanken war das. Oh! Danke, du hast mich gerade kaputt gemacht. Nein, ich doch nicht. Nein, du hast mich gar nicht aus dem Bild rausgezogen. Och Mann. Das war der kopflose Kubidu. Kubidu, vorliegt. Also, du gehst links. Ich gehe rechts. Ich bin cool. Ich warte hier lieber. Oh, der hat mich trotzdem erwischt. Hallo, ich stand mitten im Blauen drin. Hä? Das war jetzt aber wirklich verarscht gerade. Hallo? Ich stehe mitten auf dem Blauen und auf einmal gehe ich kaputt. Da ist sie wieder. Warum schlägst du mich dafür? Da kann ich doch nichts für. Weil du gerade so blöd den Weg standst. Hab ich gar nicht. Boah. Du mal alles alleine machen wirst. Mach ich gar nicht. Ich hab natürlich wieder souverän gewonnen. Guck mal. Yeah. Guck mal. Ich hab eine Kugel gemacht. Ich hab gerollt. Du hast irgendwie deinen eigenen Schaumstoff im Mund, habe ich so das Gefühl. Das macht man eigentlich. Ich wollte gerade sagen, mein eigenes Schwanz im Mund. Das war irgendwie. Das zersieren wir mal mit einem lauten Piep. Ja. Piep. Piep. Ja, da diese Folge insgesamt leider knapp eine Stunde gelaufen ist, verabschiede ich mich erstmal für heute. Und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.